willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge clash of clans mit mir dem torsten ja wir haben gestern abend im live stream noch einiges feststellen können was hier im update so ein bisschen ich will nicht sagen hinten runter gefallen ist aber wo ich ja so ein paar fragen hatte noch zum beispiel diese taktische sicht das war mir nicht ganz geläufig was ich jetzt aber weiß dass auch in den kleinen in den normalen freundschafts angriffen das heißt wenn man hier herausgefordert werden möchte kann man auch den schwierigen modus an machen das habe ich nicht gewusst leute viele sagen der schwierige modus sollte eigentlich immer standard sein aber man muss ihn jedes mal neu reinhaken also der haken wenn ich das jetzt glaube ich wieder weg mache ist dann immer wieder raus also das ist nicht standard aber eigentlich könnte der drin bleiben wenn man einmal drin gesetzt hat ihr wisst was ich damit meine das wäre das ist jetzt meine letzte auswahl hier und dementsprechend könnte ich dann das beim nächsten aufruf ist der haken dann drin ich muss ihn nicht jedes mal extra neu reinmachen aber was wirklich leben ist wird clash of clans ist wirklich zu einfach oder ich muss das wirklich ich habe gestern echt gelacht muss ich sagen weil ich so ein bisschen das gefühl habe dass man es jetzt gerade ich will nicht sagen einsteigern unheimlich leicht macht im laufenden ck oder überhaupt im ck hat man ja immer die möglichkeit wenn ich jetzt eine base checke dass man hier sehen kann wie weit ist der radius der einzelnen der einzelnen verteidigung und da muss man natürlich wissen dass die kanone nur auf bodenziele schießt und so weiter ihr wisst wo ich darauf hin will bogenschützen türme schließen halt auf boden und luft kann man dann auch noch mal hier im einzelnen klären dass das was man beim klaren krieg start dann erst sieht ist hat der klaren truppen ja nein vielleicht und aber ansonsten kann ich das immer schön sehen hier welcher radius welche range wie viel treffer punkte hat das ding wie viel schaden macht das ding und so weiter und so fort also das ging ja schon immer in den klaren kriegen aber es geht jetzt auch beim farm das geht jetzt auch beim farm leute und da muss ich ehrlich sagen da war ich gestern wirklich überrascht weil ich kann jetzt rein klicken und ihr seht das hier guckt euch das mal an wie das gehighlighted ist dass ich nehme das mal als bild oder ich nehme das mal nicht als bild weil ich wollte mal gucken wie das in meiner base ist wenn ich mir jetzt mein aktives dorf hier meinen editor einbringe ob das auch so ist wenn ich jetzt ein bogenschützenturm anklicken nein ist es nämlich nicht die sind dann nicht alle gehighlighted automatisch sondern ich müsste sie einzeln aktivieren aber aber dass sie beim farm ist doch klar wo klicke ich denn jetzt als erstes immer drauf ich klicke natürlich wenn ich sie empfinde immer als erstes auf die klaren book die klaren book ist übrigens immer jetzt in dem modus ich verteidige mal nicht und der hat noch nicht mal klaren book ja der hat noch nicht mal klaren book ich gucke jetzt mal gerade wie mein modus eigentlich ist mein modus steht auf bewachen mein modus steht auf jeden auf ich habe klaren book ich habe klaren book 45 45 aber das fand ich jetzt schon das fand ich jetzt wirklich leben ja und auch das hier ist der hammer ehrlich jetzt tut mir leid das muss ich jetzt mal als das ist unmöglich ehrlich ich kann einfach sehen den radius von allen von allen kanönchen hier ich glaube den nehmen wir einfach mal mit hier der hat ja so ein bisschen was für uns zumindest ein bisschen was für uns und er hat hier unten den adler stehen okay dann also er ist ihr wisst genau was ich meine ich finde es wirklich hammer hammer hart und das habe ich wirklich nicht gewusst das habe ich echt nicht gewusst leute ich schließe sich da jetzt ein bisschen drauf ein ich weiß ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen in der mitte geflogen ist auch nicht so schlimm wir holen jetzt gleich den adler denke ich mal mit unserem rest squat die bogenschützen gehen jetzt noch da der mage geht jetzt natürlich so ein bisschen nach außen und die bogenschützen machen noch ein bisschen was vielleicht noch die luftabwehr weg da kriegen sie die noch perfekt sehr schön dann können wir hier eigentlich mal reingehen richtung adler kompartment und nehmen den mal mit rein hier und damit die queen sich dann ganz easy peasy den adler holen kann hier können wir schon mal zwei minuten setzen oder wenn ich sogar sogar drei und dann der chef kann ja erstmal gehen da die luftabwehr sowieso rumpe die brauchen wir nicht weil da nichts drin ist das heißt wir können den hund eigentlich gleich nach darüber fliegen lassen hier 1 2 3 da ist die luftabwehr weg 1 2 3 4 1 2 3 4 ich übe ja immer noch so ein bisschen den den die luftangriffe im moment und haben wir da eigentlich noch einen helden da hinten ich weiß es gar nicht doch wir haben noch helden dahin okay balance leute balance das ist nicht so gut okay da waren jetzt echt raketenballons drin aus krass und hier unten ist auch noch eine auch noch eine dings drin gewesen okay aber wir sollten das trotzdem irgendwie irgendwie noch schaffen mein roll champion ist die raketenballons haben echt überlebt er hatte klanburg habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt vorher sein ich glaube ich habe die ich habe mal nicht nachgeguckt ob der klanburg hatte dann hätte ich die noch geskippt dann hätte ich den noch weg es gibt er macht noch ein bisschen schaden wenn er gleich platzt denke ich mal ane kaum und naja aber noch ein paar eiswürfele reingeballert ich muss ja noch ein bisschen was tun aber aber dennoch ich finde es wirklich ich will nicht sagen grenzwerte leute könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben was er da eigentlich von haltet ob das spiel jetzt wirklich zu super einfach wird so dass ich ja eigentlich immer so ein bisschen die klanburg klar gucke ich doch nach der hat keine klanburg 13.000 dunkles leute 13k dunkles das kann ich mir einfach nicht gehen lassen den kann ich nicht so durchgehen lassen über den vormittag also das geht wirklich nicht den kann ich echt nicht so durchgehen lassen über den vormittag da muss ich auf jeden fall was gegen tun dass der nicht dass der nicht jetzt mit mit 13k dunklen hier durch die mittagspause eiert das geht das geht ja gar nicht das geht ja mal gar nicht da haben wir die noch oder mag er wieder ganz alleine aber die luftabwehr schaffen wir noch da unten der hält da unten ist uns eigentlich egal schön wäre wenn die königin noch fast gestorben wäre okay jetzt muss ich überlegen wo ich jetzt eigentlich weitermache da 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 aber wir gehen hier unten einfach wir gehen mal hier unten rein gehen wir da eigentlich wirklich rein oder gehen wir da hinten rein eigentlich brauchen wir die wir brauchen den könig eigentlich auch und wir wollen den könig gar nicht den könig brauchen wir gar nicht ich muss mich mal ein bisschen netter ins bild setzen hier und dann können wir eher da reingehen hier ist nämlich noch ein bisschen flächenschaden den können wir weg machen und hier ist ach das ist der gold champion da unten okay die queen ist da die ist aber auch schon ein bisschen angeritzt sehr gut und wo ist die nächste luftabwehr die ist da hinten da können wir hier auf jeden fall mit unseren ballon starten denn die luftabwehr fliegt jetzt ganz weit also nicht die luftabwehr sondern sondern die die ballons fliegen jetzt ganz weit nein der hund fliegt jetzt ganz weit mal sehen ob wir dieses mal denn aber wenigstens die die den royal champion aber doch ich habe okay das ist ein fünfer rad aus ich verliere alle meine ballons jetzt okay sehr ärgerlich ja nicht ganz alle aber fast alle weil da kommen noch welche nachgeflogen das dunkle haben wir aber so ziemlich ziemlich im petto hier unten können wir komplett die minion setzen das ist sehr cool aber hier oben da kann ich jetzt mit meinen anderen squad rein zünden und so geht es so gehen die lalos hier sehr schön aber trotzdem ich meine ich kann vorher gucken hat in der klanbrücke oder nicht nervt mich ab oder nicht den kampf vorher habe ich das nicht abgecheckt diesen kampf habe ich das abgecheckt und aber dennoch auf der suche nach den kleinen aber feinen feinheiten hier aus dem juni update also könnt ihr mir bitte bitte in die kommentare schreiben wird clash of clans jetzt zu einfach so dann habe ich das ding auch hier und kann mir jetzt den raketensperr holen ich habe sogar noch sogar noch ein bisschen zeit zum abholen hätte ich sowieso noch zeit gab ein nicht platziertes gebäude machen wir mal dahin und dann kann ich nämlich noch ein bisschen in 20 stunden mein locker zwei drei vier angriffe hier mit den mit den accounts auch und dann hat sich auf jeden fall der pass gelohnt ich habe meinen meine sache oder den sperr meinen vier höchsten accounts eigentlich gegönnt wenn ich mir mal meine vier höchsten accounts angucke dann sind das torsten aber tap beckensheriff und donnerbänge das wisst ihr das coole ist sehr smart die reihenfolge ist ja so wie so wie ihr die charaktere hier oder sowie die konnten hier einlegt aber richtig cool ist dass ich die jetzt echt nehmen kann und kann die einfach mal tauschen das finde ich sehr smooth weil viele möchten ganz gerne den letzten account den sie ganz ganz unten haben ganz ganz nach oben haben weil sie nicht ewig scrollen wollen oder so also das ist nur so eine ganz ganz kleine sache am rande die aber eine unheimlich große wirkung hat finde ich und auf der auf der suche natürlich nach den anderen sachen hier aus den aus den sachen aber diese taktische übersicht das wusste ich nicht und ich habe auch gestern gar nicht nach unten gescrollt ja hier stehen natürlich noch viel viel mehr dinge drin was das juni update betrifft und vor allen dingen die quality of life verbesserung da die klar book beginnt nun im schlafmodus anstatt im modus bewachen nachdem sie neu aufgebaut wurde und es gibt aber so ein paar sachen das habe ich gestern auch gesagt das hast du nie bemerkt und dann hat man etwas gefixt sage ich mal und dann weißt du eigentlich gar nicht warum haben die das gefixt ich habe das nie gemerkt ja weil für mich war es jetzt kein fehler und zum beispiel dies ding hier dieser wahrscheinlich spiele ich die jete ist nicht denn mit mit zunehmenden schaden kommen mehr jete mit aus dem jete basket raus also aus dem korb hinten und das ist mir zum beispiel nicht aufgefallen wahrscheinlich spiele ich die auch viel zu wenig kann sein die fehlermeldung hatte ich hatte ich eigentlich nie die gelegentlich beim laden des spiels gold ist keine gültige belohnungsart ich weiß gar nicht wo dieser satz dann herkommt oder elixir ist keine gültige belohnungsart ist mir echt ein rätsel aber hatten wahrscheinlich einige vermutlich nur die google geräte und nicht die apple geräte die dauer von sprung und frost zaubern im zauber infomenü wird nun auch angezeigt obwohl der zauber über keine verbesserungslevel verfügt also die kleinen aber feinen sachen hier außer hier dass ich auf mein tablet spucke sind sicherlich immer wieder ruhig noch mal ruhig noch mal rein gucken ruhig noch mal abchecken ist das wirklich so bei rathaus und up level 12 sich so welchen rathaus die stufe ist ich meine das erkennt man sowieso in der regel wenn man schon lange clash of clans spielt und aber wie gesagt der der modus hier diese taktische übersicht ich weiß nicht was haltet ihr davon schreibt mir gerne in die kommentare und ich fordere noch mal an glaube ich ich habe noch ich habe noch gar keinen bonus ok ich habe noch gar keinen bonus bekommen aber ich habe jetzt mit allen den fall ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen donnerstag haben heute einen schönen donnerstag wir sehen uns auf jeden fall freitag im live stream vielleicht dann auch noch an einem den anderen tag noch woanders aber auf jeden fall halte ich euch am laufenden oder auf den laufenden mit den laufenden videos mit den laufenden wie jetzt aber auch genug laufend gesagt laufend habe ich auch übrigens neue zuschauer vielen vielen lieben dank für die unterstützung hier auf dem youtube kanal wo ich ja nicht wirklich immer jeden tag und jede stunde oder zweimal am tag videos bringen sondern eher so ein zwei drei pro woche mehr krieg ich halt nicht zeitmäßig nicht nicht gebacken oder ich mache halt in den live streams vielleicht mal ein video aber das ist dann auch immer so ich finde das eigentlich ich finde das gut ja aber müsste dann auch mal wieder den chat ausblenden und sowas ist alles ist alles mit aufwand verbunden dass wieder deswegen lieber live stream wie gestern schöne fünf stunden mit euch gespielt ein bisschen eher gemacht ein bisschen viel clash of clans gespielt so gefällt mir das am besten ich hoffe das hat euch auch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir einen daumen nach oben abonnieren nicht vergessen am kanal dran bleiben und dann sehen wir uns in weiteren videos und in den live streams bis dahin leute euer toto clasht